So, dann machen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Ähm, wie gesagt, die Spannung steigt. Ich bin echt gespannt, wo das hinausführt. Ähm, wir haben hier gerade schon im Stream so ein bisschen rumspekuliert, was das jetzt sein kann und was nicht sein kann. Ähm, ja, wir machen einfach mal weiter. Wir gucken einfach mal, was jetzt gerade hier passiert. Alba sagt auch nichts. Wieso guckt uns Boss so komisch an? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ordner. Jaja. Tisch. Ah, da kommen Erinnerungen zurück. Oh, Boss, das wollte ich nicht wissen. Das wollte ich wirklich nicht wissen. Date und ich haben unsere Liebe sozusagen, äh, innig ausgekostet, öfters mal hier auf dem Tisch. Oh Gott, nein. Ich kann mich überhaupt gar nicht dran erinnern. Äh, okay. Was zum Teufel? Monitor. Jaja. Sämtliche Charakter, äh, Statistiken und Nummern, die gezeigt werden im Monitor, okay. Also auf dem Monitor, Röhren, Fernseher. Äh, Date, kannst du vielleicht mal den Sender wechseln? Videodrone, äh, fängt gleich an. Was ist Videodrone? Hast du nie Videodrone gesehen? Ist ein Klassiker, ist Kult. Ich hab es nicht gesehen und es ist auch kein, es ist auch kein Fernseher. Okay. Ja, es ist ein Bildröhren-Monitor, das ist ja auch kein Fernseher, okay. Es spinnt. Ich hab das so geöffnet. Und da sind viele Marimos drin. Was sind denn Marimos? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was Marimos sind. Äh, ja. Ein Monitor, was ausgeschaltet wurde. Eine Tür zum Synchronisationsraum. Bla, 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 bla. Was haben wir denn hier noch? Ein Stuhl. Er macht doch gerade keine Wortspiele. Das ist, das ist sehr bedenklich. Ja, du kannst die Synchronisationsmaschine aus dem Fenster aussehen. Iris ist auf dem Synchronisationsstuhl. Stimmt, die ist ja immer noch hier. Ist ja noch gar nicht draußen. Okay. Was ist denn hier? Haben wir hier vielleicht irgendwas, was wir noch triggern können? Wir könnten. Und spinnt. Was? Hey, hast du vielleicht irgendwas gehört? Es muss wohl in deinem Kopf sein. Es wird creepy, meine Freunde. Wieso höre ich eine Stimme? Letztes hat man sich auch so drüber kaputt gelacht, weil da eine Putzfrau drin ist. Ich fühle mich sehr unwohl hier. Tutor schaut wie gewöhnlich. Sie schaut aber nicht sehr wie gewöhnlich. Was schaut mich mit ernsthaften Gesichtsausdruck an? Ähm. Die originalen und die neuen Vorfälle. Ich glaube nicht daran, dass es eine bedeutsame Verbindung zueinander steht. Zumindest was es zwischen den originalen und den neuen, äh, Zyklopenserienmorde geht. Also angeht, meine ich. Und warum? Der Täter ist nicht derselbe. Ich bin absolut sicher, dass der originalen Cyclopskiller Ich bin mir durch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der originale Zyklopemörder nicht diese Morde begangen hat. Also nicht diese, diese aktuellen Morde begangen hat. Und wie kannst du dir so sicher sein? Weil ich es kann. Mach dir keine Sorgen. Vertraue mir einfach. Mhm. Aber du richtig mit der Sprache rausrückst, tust du auch nicht, Pewda, ne? Ähm. Was ist mit den originalen Zyklopenserienmorde? Der Zyklopemörder ist vor sechs Jahren in Erscheinung getreten. Ich habe meine Erinnerung vor sechs Jahren verloren. Es muss doch irgendwie eine Art von Verbindung zueinander stehen, oder? Nein, ist es nicht. Es ist ein Zufall. Echt jetzt? Ja, echt. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier jetzt nicht glauben soll? Warum ist der originale Zyklopenkiller in Iris Somnium erschienen? Der Psinker erlebt nicht immer dasselbe wie das, was man vom Somnium erwarten würde. Träume werden zusammengefügt aus Erinnerungen. Selbst die, äh, verborgenen, beziehungsweise die Unterbewussten. Wenn wir die Synchronisationsmaschine für eine Investigation benutzen, sehen wir nicht immer die Erinnerungen, die wir erwarten, zu sehen. Wenn wir die Synchronisationsmaschine für Ermittlungen verwenden, sehen wir nicht immer die Erinnerungen, die wir erwartet haben. Also, die wir erwarten würden. Es stimmt zwar, dass manchmal, äh, dass das Objekt unterbewusst unbedingt, äh, seine dunklen Geheimnisse und, äh, verborgenen Erinnerungen ausdrücken möchte. Und das ist auch der Grund, warum wir das öfters in Somnia sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir, äh, Somnia so, so, äh, nützlich für sämtliche kriminelle Ermittlungen durchführen. Aber es ist keine Garantie. Wir können den Inhalt unserer Träume so oder so nicht kontrollieren. Irgendwie, irgendwie klingt das sehr vage. Die blaue Figur vom Sink. Bitte, hilf mir, das zu verstehen. Was ich während des, äh, Sinks gerade gesehen habe. Das war doch eine Szene aus dem originalen Zyklopens, äh, Serienmörder, oder? Ja. Also hat der Person, der die Morde verursacht hat, also so, also hat die Person, die das gemacht hat, da war, ach, Entschuldigung, okay. Also war das die Person, die sozusagen die Morde begangen hat, der originale Zyklopenkiller? Richtig. Hast du ihn gesehen? Er war... Ich hab dein Gesicht gesehen. Der originale Zyklopenkiller war... Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Date, das kannst du dir gar nicht sicher sein. Du hast seit sechs... Also du hast die Erinnerung von vor sechs Jahren gar nicht. Was passiert da gerade? Äh, vielleicht bist du, Date, bist du ja der Killer. Du vermisst dein linkes Auge. Also stielst du es von anderen. Ja, daran kann ich mich nämlich noch erinnern, Boss. Brauchst du jetzt nicht so zu grinsen, Beauder. Ich verarsch dich nur. Du kannst nicht der Zyklopenkiller sein. Echt jetzt? Natürlich nicht. Denkst du allen Ernstes, ich würde einen Serienmörder beschützen? Oder ihn anheuern? Du hast Iris ausgefragt. Und zwar vor der Synchronisation. Was du in dem Somnium gesehen hast, war nur eine Manifestation der Angst, die du sozusagen in sie eingelöst hast. Das könnte auch sein, aber irgendwie... Es war einfach zu klar, oder? Also so eindeutig. Originaler Zyklopenkiller. Erinnere dich daran, was der Boss dir heute Morgen gesagt hat. Der originale Zyklopenkiller, mein Gott, der originale Zyklopenkiller, der originale Zyklopenkiller, ähm, äh, der muss sozusagen seine gerechte Strafe bekommen. Nachdem die Ermittlungen durchgeführt wurden, wurde es von der Regierung, äh, übernommen und, äh, quasi fallen gelassen. Das ist das ein... Das war das allerletzte, was wir bisher gehört haben über den Fall. Natürlich haben sie immer wieder gesagt, dass die Ermittlungen weiter, äh, weiter noch durchgehen. Aber in der Realität, beziehungsweise offiziell, haben sie es komplett fallen gelassen. Boah, so weird! Warum war der originale Zyklopenkiller in Iris' Somnium? Du kannst nicht über irgendetwas träumen, worüber du überhaupt gar nichts weißt. Also muss Iris über die Morde Bescheid gewusst haben. Genau, vor sechs Jahren war Iris zwölf. Hat sie diese, äh, Taten, äh, mit zwölf Jahren erlebt? Und nicht nur das eine, sondern alle vier? Hm. Das ist ja, was ich meine. Das ist so ein bisschen weird. Die rote Figur vom Zyklopenk. Äh, vorhin im Somnium. Ich hab noch jemand anderes gesehen, der auch der Täter sein könnte. Wer war das? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen, der rote, die rote Person war sie. Weil sie versucht hat, sich sozusagen so ein bisschen so davon zu entfernen. Um das quasi unterbewusst zu setzen. Weil die rote Person hat ja nichts gemacht. Sie stand nur da und hat es gesehen. Die originalen Zyklopenserienmorde. Hab ich es dir nicht bereits gesagt? Der gesamte Fall ist ein Staatsgeheimnis. Egal wie oft du mich danach fragst, ich werde nichts sagen. Und genau das ist das Merkwürdige dabei, Boss. Genau das ist nämlich das Merkwürdige. Das passt genau nicht zusammen. Warum erschien der originale Zyklopenkiller in Iversumium, Judah? Es ist, wie ich es dir schon bereits erwähnt habe. Träume werden sozusagen aus Erinnerungen zusammengesetzt. Selbst die Unterbewussten. Das kann auch als ähm ja, wie so ein Gleichgewicht äh auch ausgedrückt werden. Träume D equals Memory A plus Memory B plus Memory C. Traum D besteht zum Beispiel aus Erinnerung A plus Memory plus Erinnerung B plus Erinnerung C. Dadurch löst sich ein Traum D als fiktionales Ereignis aus. Wie auch immer kann nicht alles sozusagen gleichzeitig also auch so bei Erinnerung A, B und C passieren. Diese sind nämlich in der Realität passiert. Mit anderen Worten, die Fiktion ist aus den Kombinationen der Realität entstanden. Also ist das, was ich in Somnium eben gesehen habe? Ja, ich glaube, dass Iris tatsächlich diese ganzen Ereignisse erlebt hat. Alter, und ich dachte schon, Mizuki wäre schon voll am Arsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind all diese Erinnerungen real? Puder, du hast mir gesagt, dass die Erinnerungen auch in der Realität passieren, oder? Aber was ist denn jetzt mit falschen Erinnerungen? Woher wissen wir, dass diese, ob diese Erinnerung tatsächlich passiert ist? Na ja, selbst falsche Erinnerungen werden aus den Stücken von den echten Erinnerungen zusammengefügt. Wenn du diese Erinnerungsstücke irgendwie kombinierst, wirst du trotzdem echte Ereignisse finden. Und was ist mit Sachen, die du in, weiß nicht, in Filmen oder im Fernsehen gesehen hast? Das Ereignis, also die Ereignisse sind zwar fiktional, aber das Erlebnis ist es nicht. Unsere Vorstellungskraft ist, äh, ist begrenzt. Und zwar begrenzt in dem, was wir sozusagen sehen. Aber wir können nicht, ähm, Sachen quasi, ähm, ja, wie soll ich sagen, weil wir können ja zum Beispiel keine Sachen uns ausdenken, die ein komplett neues Gewand haben. Okay. Das macht die Sache aber auch nicht besser. Und ich möchte gar nicht wissen, wer hier drin ist. Ich habe nichts davon gelernt aus den, äh, Gesprächen zwischen Boss und Pewter, also mit Boss und Pewter. Wenn dann nur das, ähm, dass diese ganze mysteriöse Geschichte nur noch tiefer eingegangen ist. Pewter hat mich nur in meinen Gedanken bestätigt. Date, es scheint so zu sein, dass Iris, äh, kurz davor ist, aufzuwachen. Ja, verstanden. Ich rannte zum Synchronisationsraum. Ja, tu das, Akatsuki. Alles gut. Viel Spaß. Hey, Iris, über den Traum, den, äh, du vorhin erlebt hast. Traum? Was für ein Traum? Es bringt nichts, sie auszufragen, Date. Ja, das haben wir nämlich bei Mizuki genau das gleiche erlebt. Sie träumt anders, als das, was wir in diesem Synchronisationsraum erleben. Äh, das Subjekt der Synchronisation erlebt nicht das Somnium in das, was wir uns befunden haben. Sie werden sich nicht daran erinnern. Nun, was ist mit dem Zyklopenkiller, der von vor sechs Jahren? Zyklopenkiller? Ich erinnere mich daran, dass ich ihn in den Nachrichten gehört habe. Aber da war doch ein kleines Mädchen, also ich erinnere mich jetzt nicht sehr spezifisch daran. Hast du nicht? Nein. Äh, und was ist mit dem Tatort? Weiß ich nicht. Ich bin nie da gewesen. Aber Hä? Hä? Träume werden sozusagen zusammengesetzt aus Erinnerungen, selbst die Unterbewussten. Du kannst nicht über etwas träumen, worüber du nicht Bescheid weißt. Hä? Moment mal. Jetzt bin ich heißt das etwa, dass wir in unserem eigenen Samnium gelandet sind und nicht in ihrem? Datte, könntest du sie vielleicht nach Hause bringen? Hä? Wir haben eigentlich nicht genug Beweise, um sie hier festzuhalten. Selbst im Samnium konnten wir nichts finden. Und laut Gesetz müssten wir sie sozusagen entlassen. Du kannst es nicht bezweifeln, Date. oder?